Der Cantina Talk wird euch präsentiert von SWTorCantina.de Herzlich Willkommen zurück von den Toten quasi, ihr Lieben, zum 85. Mal beim SWTor Cantina Talk das erste Mal im Jahr 2017. Ja, von mir natürlich auch ein herzliches Hallöchen. Ja, wir haben schon einige Termine im neuen Jahr übersprungen. Wir haben heute 19.2., selbst Valentinstag ist schon vorbei. Aber es wurde ja mal wieder Zeit, wir wollten auch mal wieder ein bisschen was aufnehmen. Haben es ja auch versprochen, ich habe es auch schon auf der Seite geschrieben, was wir eigentlich letzte Woche machen wollten. Aber da haben wir beide noch in den Klausuren gesteckt, nur bei mir ist es jetzt noch wieder ein Weilchen hin. Bis die nächste kommt und du bist, glaube ich, schon komplett durch, ne? Ich bin jetzt durch, ja. Ich wollte es auch gerade sagen, das Problem war einfach, ich bin in meinem finalen Semester im Studium quasi. Ich schreibe nur noch meine Masterarbeit gerade und war sehr stressig, sehr viel zu tun und war leider nicht anders möglich, als jetzt hier so eine lange Pause zu machen. Denn das letzte Mal ist ja schon, lass mich kurz schauen, ja, der 11. Dezember ist schon über zwei Monate her. Das war so nicht geplant, aber es wurde dann tatsächlich im neuen Jahr arg stressig und ja, jetzt bin ich durch, wie du gerade gesagt hast. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit durch zumindest, weil dir ist es ja noch ein bisschen hin, hast du gerade gesagt. Von daher wird das jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger hier. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo man endlich mal wieder so ein bisschen ins Spiel reingucken kann. Denn ehrlich gesagt war das in den letzten zwei Monaten auch überhaupt nicht der Fall. Also ich habe natürlich alle Änderungen hier, haben wir auch auf der Seite mitgeschrieben. Wir werden auch gleich drüber noch sprechen, so ein bisschen über ein paar Sachen. Aber so richtig live ausprobieren konnte ich die leider alle noch nicht. Und ja, das heißt, jetzt hat man erstmal natürlich argen Nachholbedarf. Aber ist auch schön, können wir mal wieder ein bisschen zocken. Ja, ich möchte auch auf jeden Fall, wir haben ja auch wieder ein paar Pläne, was wir machen wollen. Wollten mal wieder ein bisschen GSF fliegen und sowas. Ja, das will ich ja schon seit Monaten tun im Prinzip. Aber deshalb tun wir es auch wirklich. Genau, und jetzt bringt es ja auch schöne Sachen fürs Kommandosystem und so weiter. Von daher hat man ja noch ein bisschen einen zusätzlichen Anreiz. Bevor wir mit den eigentlichen Themen anfangen, wir werden nicht über alles sprechen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das würde ein bisschen in den Rahmen springen, dann würden wir hier drei Stunden sitzen. Das muss nicht sein, sondern nur so ein bisschen über die neuen Ankündigungen und so grob über die Änderungen, wie wir die finden. Aber bevor wir anfangen, Rogue One, da haben wir noch nicht drüber gesprochen hier. Das letzte Mal, als wir am 11. Dezember aufgenommen haben, war er noch nicht draußen. Ich weiß gar nicht, wann kam er irgendwie? 18. Dezember oder sowas? Ja, irgendwann vor Weihnachten auf jeden Fall noch. Schauen, Kinostart, Rogue One, 15. Dezember, genau. Also vier Tage, nachdem wir aufgenommen haben. Was sagst du? Ich war begeistert und am meisten begeistert hat mich die Endszene. Das war der absolute Wahnsinn. Ich habe hier so einen weggefreut. Wir können ruhig drüber sprechen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, was natürlich ein grober Fehler ist, sofern ihr Star Wars Fan seid und diesen Podcast hört. Dann müsst ihr euch jetzt die Ohren zuhalten, weil da werden wir jetzt drüber sprechen. Zwei Monate war genug Zeit, um sich das alles anzuschauen. Aber ja, die Endszene, wo sie dann, das ist ja quasi die direkte Verbindung zu Episode 4, richtig sick, richtig sick. Die Szene, wo Vader dann da sich durch die Rebellen schnetzelt, richtig Gänsehaut. Einfach durchgeballert und vor allem, du hast nicht mit gerechnet, dass das jetzt passiert. Ich fand den Film aber insgesamt total grandios gemacht. Ich muss ja sagen, ich habe von einigen Seiten gehört, dass sie den Hauptdarsteller nicht so klasse fanden. Du meinst den, wie heißt er, den Typen, ne? Ja, den Typen, den Typen. Die Begründung war sehr nett. Ich habe dir das schon erzählt. Es ging dabei darum, dass der auch Hauptdarsteller in Dirty Dancing 2 ist. Und dass eben viele Leute dann damit gerechnet haben, dass er jede Sekunde los tanzt. Und deswegen fanden sie ihn als Hauptdarsteller irgendwie nicht so klasse. Diego Luna heißt der übrigens, ich habe es gerade mal gegoogelt. Genau, gut. Und ich habe da wirklich gar nicht drüber nachgedacht. Ich fand den einfach nur super klasse. Die haben super miteinander gespielt. Ich habe mir nun wirklich vorher keine Gedanken darüber gemacht. Man hat ja gehört, ja, viele mussten für diese Todespläne ihr Leben lassen. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass wirklich alle verrecken. Was natürlich eigentlich klar war, weil im vierten Teil ja niemand von denen auftaucht, ne? Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie das so Extended Universe mäßig ist. Ob es da schon Storys zu gibt. Da bin ich nicht so im Thema. Mag sein, dass man schon vorher wusste, dass alle tatsächlich sterben müssen. Ich wusste es nicht hundertprozentig. Ich habe es vermutet. Aber war jetzt auch halt nicht überrascht, dass dann da am Ende alle draufgehen. Wobei man muss sagen, wir waren im Kino. Wir waren nicht zusammen, sondern wir waren getrennt. Du hast eine ganze Zeit nach mir geguckt. Aber ich war im Kino mit ein paar anderen und unter anderem war da eine Dame bei, die Episode 4 nicht gesehen hat. 4, 5 und 6 nicht gesehen hat, aber 1, 2 und 3. Und die war sehr geschockt, dass alle gestorben sind, natürlich. Aber wenn du Episode 4 kennst, dann weißt du das natürlich. Ja, ist auch schade. Aber trotzdem, man wusste es. Der ganze Film hatte von mich sowas so ein bisschen, vor allem so in der Hälfte, wo dann die Schlacht so richtig stattfand, so ein bisschen Soldat-James-Ryan-mäßig war das. Habe ich auch öfters im Internet gelesen, habe ich aber direkt auch nach dem Film gesagt, zu denen, mit denen ich da drin war. Das hatte irgendwie sowas Dreckigeres, dieser ganze Film. Hat mir gut gefallen. Es war halt mal richtiger Krieg. Es ist halt richtig abgegangen. Es war nicht irgendwie ein bisschen Lichtschwert gefuchtet oder viel Story. Also natürlich hat es auch viel Story gehabt, aber es war mal wirklich richtiger Krieg. Und es war einfach unglaublich spannend, von Anfang bis Ende. Und ich muss auch sagen, für mich kommt es am ehesten an den Begriff Star Wars heran von allen Filmen. Es hat sich halt so ein bisschen von diesem Märchencharakter getrennt, den man ja meistens hat, wenn man die Skywalker-Story halt quasi in den ganzen anderen Teilen verfolgt. Und hat sich mehr auf das Wars in Star Wars konzentriert. Also hat mir super gefallen. Ich freue mich richtig auf den Release. Wann kommt der raus? Wissen wir das? Als DVD, Blu-Ray, whatever? Gucken wir doch mal auf Amazon nach. Seien, du bist schon dabei. Ich glaube, ich habe gerade mal vorbestellbar. Steht nichts. Lieferung am Erscheinungstag. Dankeschön. Okay, das hilft uns viel. Steht aber nicht, wann der rauskommt. Doch, klar. Ja, okay. Erster Dezember steht hier noch. Okay, das stimmt nicht. Das stimmt mit Sicherheit nicht. Ja, scheinbar, ich habe hier gerade mal gegoogelt, gibt es noch keine offizielle Info dazu. Man vermutet, weil es ja so vom Release her so ähnlich war wie Episode 7, dass es wohl im April kommt. Ja, ist aber in Ordnung. Freue ich mich auch schon drauf. Kommt dann auch direkt mal wieder über Amazon. Ich weiß nicht, ich glaube, es reicht, wenn ich mir das als digitale Kopie hole. Ja, habe ich mit 7 auch gemacht. Richtig. Ich habe das dann in meiner iTunes-Bibliothek und dann kann ich es halt einfach über mein Apple-TV abspielen, wenn ich es gucken will. Kannst du es auch überall gucken, finde ich besser. Muss nicht die ganzen DVDs immer mit rumschleppen. Mache ich sowieso immer mit ganz vielen Filmen in letzter Zeit, dass ich die gar nicht mehr als CD kaufe. Das stimmt. Also, um zusammenzufassen, ein grandioser Film. Alle, die ihn noch nicht gesehen haben, können jetzt natürlich nicht mal gucken, weil er nicht mehr im Kino läuft. Aber im April solltet ihr den auf jeden Fall schauen. Die Charakterentwicklung ist ein bisschen flach. Das wurde auch öfters kritisiert. Ja, das ist auch so. Aber ich habe das Gefühl, dass man irgendwie natürlich wusste, dass die am Ende eh alle sterben. Und dann dachte man sich wahrscheinlich, naja, müssen wir jetzt nicht eine halbe Stunde für jeden Charakter investieren, um den ordentlich einzuführen. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können, das ist richtig. Aber das ist auch so der einzige Kritikpunkt, den ich so an dem Film habe. Den hatte ich wirklich gar nicht. Ich fand eigentlich alles in Ordnung. Darauf habe ich gar nicht geachtet, muss ich zugeben. Was ich aber auch cool fand, ist wirklich, wie sie die Kommandeur Tarkin, oder wie heißt der? Ja, Tarkin. Genau, dass sie den und auch die Leia, dass sie die wirklich so gut hingekriegt haben, mit, wie auch immer diese Technik heißen mag. CGI. Genau, das fand ich echt grandios. Ich habe gedacht, die stehen da wirklich. Hast du ihn in 3D oder 2D geguckt, den Film? Ich habe ihn in 3D geguckt. Okay, weil ich habe gehört, dass diese CGI-Effekte in 3D schlechter aussehen sollen als in 2D. Also wir haben ihn in 2D geguckt und gut, man hat schon gesehen, dass er da nicht so echt war. Als er öfters im Bild war, Leia war ja gar nicht so oft zu sehen, nur kurz in der Endszene dann. Genau, richtig. Da hat man das auch, finde ich, gar nicht so stark gesehen. Aber den Tarkin hat sie halt relativ lange, auch so in der Frontale. Du hattest ein bisschen die Ränder, an den Rändern hast du es gesehen. Ja, also man hat es so ein bisschen gesehen, aber ich habe, wie gesagt, gelesen, dass es in 3D schlechter ausgesehen haben soll als in 2D. Deshalb wundert mich das. Sagen wir es mal so, ich habe ihn halt nicht gesehen. Ich habe mich im ersten Moment gefragt, wie haben sie den denn jetzt? Haben sie da irgendeinen Typen zurecht geschminkt? Habe ich mich im ersten Moment wirklich so gefragt. Okay, haben sie bestimmt mit irgendeiner Technik gemacht. Habe ich mich im Vorfeld gar nicht darüber informiert. Ich habe mich am Video gesehen, wie sie es gemacht haben. Die haben einen Schauspieler genommen, der so von den Gesichtsproportionen ähnlich aussieht. Also auch so diese markanten Kinn- oder Wangenknochen und diese lange Nase und sowas. Und dann haben sie halt diesen CGI-Effekt darüber gelegt. Ja, okay. Ja, muss ich mir mal angucken. Das ist ganz cool. Ja, muss ich mir mal schicken. Dann gucke ich mir das an. Sieht ganz interessant aus. Ja, also das war schon ziemlich cool gemacht, das stimmt. Und naja, mit Leia hat es sich ja jetzt auch erledigt im Prinzip. Ja, ist auch traurig gewesen. Haben wir auch im Podcast noch gar nicht drüber sprechen können. War natürlich auch erstmal ein Schock. Das war ja, sie ist halt im Flugzeug, hatte sie halt ihre Probleme. Und dann, kurz Zeit später, hieß es ja, ist auf dem Weg der Besserung. Und plötzlich, ja, war die Star-Wars-Gemeinde in Trauer. Und ich bin ganz ehrlich erstaunt darüber, was denn die Community, die Spieler-Community danach auf die Beine gestellt hat. Man hat ja einiges gesehen. Es war sogar bei mir auf dem Handy von vielen verschiedenen Seiten. Als eben im Haus Organa im Spiel eine Trauer stattgefunden hat, den SW-Tor. Und das fand ich wirklich großartig, dass viele das so organisiert und auch so viel mitgemacht wurde. Ja. Fand ich wirklich gut. Genau. Episode 8 sind ja ihre Szenen angeblich schon abgedreht, habe ich gehört. Bin ich mal gespannt, was sie da machen. Weil irgendwie müssen sie es ja dann zu Ende bringen im Film, ne? Denn für Episode 9 wird es ja dann, also sie haben ja schon bestätigt, dass die CGI dann nicht benutzen werden, um das dann in Episode 9 vorzuführen. Das heißt, da müssen sie sich ja dann irgendwas einfallen lassen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie, ich meine, jeder weiß Bescheid, was passiert ist, dass sie sie dann irgendwie über den Text, den Anfangstext, dass sie sagen, okay, Schiff wurde zerstört und Leia ist tot. Fertig. Ja, möglich. Klingt ein bisschen flach, aber man könnte es machen. Ja. Naja, warten wir mal ab, wie sie es hinbiegen. Ja. Was anderes, was auch mit Filmen zu tun hat, ich habe angefangen, wir hatten das schon mal vor Monaten in irgendeinem Podcast hier bei uns auf der Seite, da gab es nämlich den Trailer mal irgendwann zu Star Wars Rebels, das ist diese Animationsserie von Disney, glaube ich. Ja klar, Disney hat ja die Star Wars Rechte. Da gab es den Trailer zur dritten Staffel davon und ich habe mal angefangen, das zu gucken jetzt in den letzten Wochen. Ich bin jetzt bei Staffel 2 irgendwie Mitte, Ende und kann ich auch empfehlen. Also ist natürlich irgendwie nichts, was sich hauptsächlich an Erwachsene richtet, das heißt Story und so und Charakterentwicklung und ja, auch teilweise die Logik ist natürlich so ein bisschen flach, ich denke, das richtet sich eher so jugendliche Teenager irgendwie so in dem Dreh. Ich denke nicht, dass es sich an Grundschulkinder und Kleiner richtet, weil manchmal sind da schon so ein paar relativ explizitere Szenen drin, sage ich mal, also so mit Lichtschwertern und Totschlagen und so, wie man das so kennt aus dem Star Wars Universum. Ja. Ja, aber das richtet sich auf jeden Fall irgendwie so an Jüngere, ja, also von daher muss man das immer im Hinterkopf behalten und man muss sich natürlich auch erstmal so ein bisschen an den Stil, an diesen Animationsstil gewöhnen, aber gefällt mir so gut. Es sind immer so 20 Minuten lang die Folgen, kann man am Abend, wenn man im Bett liegt oder so, immer nochmal eine gucken. Das ist schon sehr cool. Genau, richtig. Und das spielt zwischen Episode 3 und 4 auch, das heißt Darth Vader tritt dann auch auf ab Ende Staffel 1, genau Anfang Staffel 2 und das ist schon ganz cool. Erklärt so ein bisschen die Geschichte, was passiert ist mit den Jedi, die quasi nach der Ola 66 noch übrig sind. Schon ganz schick. Das ist gut, ja. Kann ich auch nur empfehlen. Ja, genau. Und wie gesagt, wie wir ja schon am Anfang erwähnt haben, haben wir in den zwei Wochen, zwei Wochen, Quatsch, zwei Monaten selber nicht ins Spiel geguckt oder nicht viel zumindest. Aber auf jeden Fall wollen wir mal so ein bisschen über die Änderungen reden, die es gegeben hat. Denn wir haben ja in dem letzten Podcast 84, ein erstes Fazit hieß der, haben wir ja damals ein paar Kritikpunkte gehabt an dem galaktischen Kommandosystem und natürlich eine Menge der Spielerschaft auch. Und da haben sie ja jetzt so einige Dinge angefangen zu drehen und zu ändern. Bevor wir damit anfangen, hatte ich aber erst noch was. Ach, du hast noch was. Ich hatte erst noch was, bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen. Bitte, bitte, bitte. Habe ich vergessen. Ich habe mich mal schon vor einiger Zeit mit einigen Leuten in Verbindung gesetzt bezüglich der Klassenguides. Es wurde auch schon von einigen Leuten gefordert, dass wir die Klassenguides ja mal bitte aktualisieren sollen. Wir selber, ihr habt es ja jetzt schon mitgekriegt, gucken nicht mehr ganz so viel rein und schaffen es einfach nicht, alle Guides zu aktualisieren. Und da wurde mir angeboten, hey, ich würde hier einen Guide schreiben und das ist jetzt auch schon geschehen. Viele kennen die Person mit Sicherheit auch hier von der Seite der Systematik ist das. Er schreibt auch immer mal Kommentare und da erstmal natürlich freundliche Grüße in die Richtung und natürlich schon mal ein herzliches Dankeschön für deinen Guide, für deinen Juggernaut-Guide. Ich muss zugeben, ich habe ihn immer noch nicht gelesen, mache ich aber noch und der wird dann auch auf die Seite eingefügt, auch mit seinem Namen dann dementsprechend darunter. Er hat auch einen Videoguide gemacht bei YouTube. Der wird dann natürlich auch mit eingebunden. Und worauf ich hinaus möchte, wenn ihr natürlich auch sagt, hey, ich bin Experte in meiner Klasse, ich bin super Scharfschützenspieler, super Saboteur in jeglicher Skillung und ihr sagt, ich möchte auch gerne einen Guide schreiben und möchte auch hier auf der Seite auftauchen, dann meldet euch einfach bei uns. Wir würden uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr das macht und ihr würdet in anderen Spielen natürlich auch dabei mithelfen. Und ja, mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen und auch im Vorfeld schon mal vielen Dank, wenn sich jemand melden sollte. Und jetzt können wir gerne in die Thematik einsteigen und da übergebe ich das Wort wieder. Jawohl. Genau, und wenn ihr euch melden wollt, einfach bei uns auf der Seite unter Kontakt und dann schreibt ihr den guten Alduriel. Der ist da der zuständige Klassenguid-Meister und der kümmert sich dann. Meist auch noch, das ist ja Klassenguid-Meister. Gut, Änderungen. Ja, am Anfang war das alles sehr, sehr zäh mit dem galaktischen Kommandosystem. Dauert lange für so einen Levelaufstieg. Er fühlte sich nicht sonderlich dolle an, weil natürlich sehr viel RNG im Spiel ist, sehr viel Luck gebraucht wird, um halt genau das Teil zu bekommen, was man braucht. Ich möchte einmal ganz kurz dazu das erzählen, was ich als letztes aus so einer Kommandokiste bekommen habe, bevor ich dann quasi aus Zeitgründen nicht mehr so richtig die Kommando-KIP farmen konnte. Und das war dreimal, dreimal, dreimal hintereinander aus drei Kisten dieselbe auf End. Und das ist natürlich nicht so wirklich motivierend. Und von daher war natürlich dort die Kritik in der Spielerschaft berechtigt, denke ich. Und auch wenn es in den ersten Entwickler-Streams so ein bisschen rüberkam, von wegen, wir sollen uns alle nicht so anstellen, zumindest kam es einem so vor, haben sie dann doch eingelenkt und haben dann doch so einige Verbesserungen eingeführt. Ich möchte nicht auf alle Verbesserungen allgemein oder speziell eingehen, sondern einfach allgemein mal drüber sprechen. Eine Sache, die ich sehr gut finde, ist, dass Bosse jetzt wieder Tokens droppen. Ja, dass man Anreiz hat, in die Operation reinzugehen. Oder hatte man ja auch so schon. Ja, aber das war auch einer der Kritikpunkte, den wir damals im letzten Podcast angesprochen haben, ne? Das war ja auch so bisher, dass die Operationen nicht so wirklich viel Kommando-EP gebracht haben. Und das haben sie halt mit Patch 5.1, wollten sie das eben auch anheben, weil die Operationen die meisten Kommando-EP pro Zeit bringen sollen. Ach nee, das sollte mit 5.1.1 geändert werden. Ich weiß nicht, läuft 5.1.1 schon? Ja, ja, genau, seit dem 7. Februar, richtig. Genau, richtig. Und seitdem sollen da eben die meisten Kommando-EP pro Zeit, soll man da eben die meisten pro Zeit bekommen. Was ich auch gut finde. Ja, richtig. Ich meine, das ist halt nun mal der Endgame-Content, ja, immer noch irgendwie und von daher sollte das natürlich dann auch die größte Belohnung geben, weil vor allem, du hast ja auch den größten organisatorischen Aufwand damit. Ja. Du musst dir irgendwie Leute suchen, die das auch schaffen, die da rein können und so weiter. Du vibest vielleicht auch mal. Richtig. Das muss man ja auch mit einberechnen, dass man dann nicht seine Zeit total verschwendet, wenn man auch mal ein, zweimal vibet an irgendeinem Boss. Ich meine, es gibt immer wieder irgendwo ein Potenzial, dass man mal verreckt. So sieht es aus. Und das dann natürlich dann, je nachdem, wo du in der Operation dann auch einen Boss tötest, du jetzt wieder mal die Chance hast auf irgendwelche Tokens, die du dann benutzen kannst, ist eine schöne Sache. Auch wenn es natürlich, so wie ich das sehe, nicht mehr so viel ist wie früher. Ja. Also Job-mäßig. Früher hast du, glaube ich, mehr gekriegt in der Operation, wenn du dann durchgelaufen bist. Aber gut, da gab es auch noch keine Kisten, die du aufmachen könntest. Also das ist ja jetzt alles, was jetzt gemacht wurde, ist ja nur zusätzlich zu den Kisten gemacht worden, damit man eben an die Sachen ein bisschen schneller rankommt, damit man sich schneller komplett ausrüsten kann. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man auf Dinge hinarbeiten kann, auf bestimmte Set-Teile. Sagen kann, ey, mir fehlt jetzt nur noch der Kopf. Ich kann jetzt aber auch auf den Kopf hinarbeiten und muss jetzt nicht eventuell 50 Kisten abwarten, bis ich den mal via RNG kriege. Richtig, genau. Das reduziert so ein bisschen dieses große Problem, was es damit gibt. Du kannst dann einerseits sagen, okay, ich gehe jetzt in die Operation und hoffe, dass ich dann irgendwie, was weiß ich, bei den Dreadmasters den Kopf kriege. Ja, oder du kannst ja auch über die Tokens, diese, wie heißen die Dinger, diese Unassembled Pieces da. Unassembled Gear Pieces, ja, ich habe das auch mal irgendwo übersetzt. Wie auch immer, das im Deutschen heißt, zerlegte Ausrüstungskomponenten oder irgendwie sowas. Kannst du dir ja auch dann über die Tokens, die du aus den Kisten bekommst oder durch die, ich glaube durch die Events, die während des Dunkel gegen Hellcampers laufen, kriegst du dir auch, kannst du dir dann entsprechend auch darüber, über die Ausrüstungshändler dann deine Teile holen, wenn du sagst, okay, ich will jetzt nicht OPs laufen, aber dennoch möchte ich so ein bisschen den RNG-Effekt reduzieren, indem ich dann halt einfach sage, okay, ich kriege jetzt dreimal hintereinander diese tolle, wunderbare Offend, aber das ist nicht so schlimm, weil ich mir irgendwann dann trotzdem beim Händler das Teil kaufen kann, was mir noch fehlt. Ja. Und was natürlich auch noch ein riesiger Kritikpunkt war, war einfach die Geschwindigkeit, mit der man eben einen Kommando-Level aufsteigt, da haben sie natürlich auch ein bisschen was dran geschraubt. Du hast es vorhin auch schon mal erwähnt, du hast es mal reingeguckt, für 3,5 Millionen insgesamt kann man eben… Wenn ich wenig verrechnet habe, ja. Ja, okay. Und wenn es 100.000 mehr oder weniger ist, auch Latte, dass man über das Vermächtnis eben bis zu 10% mehr EP erhalten kann. Dann haben sie noch etwas eingeführt, dass man sich für Kommando-Tokens, wenn man eben das Equip hat, was man möchte, sich einen 15%-Boost kaufen kann. Und ich habe es jetzt auch gerade im Launcher gesehen, dass eben mit der Kriegum-EU-Card, also mit 5.2, auch ein 250%-Bonus-EP und Kommando-EP-Event startet, das dann eben auch nochmal zusätzlich EP bringt. Nee, nee, das läuft schon. Ach, das läuft schon, gut, dann ja. Bis Patch 5.2. Ah, bis Patch 5.2. Okay, dann bis Patch 5.2, Entschuldigung. Ja. Und das ist natürlich relativ nice. Also das Ziel bei diesem EP-Boost ist, dass du jede halbe Stunde eine T3-Kiste bekommst. Und ja, das denke ich, ist schon eine ganz gute Sache. Ich finde, es geht eine halbe Stunde in eine T3-Kiste. Dann bist du natürlich, wenn du T1, T2 bist, ich weiß nicht, 20 Minuten. Ja, ich weiß nicht, wie das skaliert. Ja. Also sozusagen eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, auf jeden Fall. Ja, du kannst ja auch, es gibt ja auch einen neuen Boost, den du dir kaufen kannst. Einen 100% KIP-Boost zusätzlich. Den kannst du beim Kommando-Token-Händler kaufen oder auch im Kartellmarkt, was wir schon letztes Mal kritisiert haben, aber sei es drum, geändert kriegen wir es eh nicht. Der gilt aber nur dann bis Kommando-Rang 180 und hält zwei Stunden, wenn du ihn beim Händler kaufst oder drei Stunden im Kartellmarkt. Und dann ermöglicht es dir dann halt dadurch natürlich auch irgendwie deine Twinks, deine Zweitcharaktere ein bisschen schneller auszustatten. Ja, und dennoch, obwohl man eben diese Möglichkeit hat, gibt es natürlich noch weiterhin Kritik daran, seine Twinks auszustatten. Aber da wollen sie auch noch weiter daran arbeiten. Ich habe jetzt nur gerade überhaupt nicht mehr im Kopf, was sie da für Vorstellungen haben. Ja, ich glaube, das haben sie auch, wenn ich das richtig erinnere, nicht wirklich spezifiziert, was die Vorstellungen sind. Dann gibt es nur Vorstellungen von Spielerseite, die ich gelesen habe, weil ich ja jetzt auch nichts Falsches sagen möchte, dass man eben sagt, okay, ein Drittel des bisher Erreichten vom Main wird schon mal auf den Twink überschrieben, des Kommando-Levels, dass man nicht mehr ganz so viel machen muss. Also es gab halt schon viele Ideen von der Spielerseite und ich hoffe, dass sie halt auch darauf hören, auf einen Teil zumindest, dass man davon ein bisschen was übernimmt. Also was sie, was ich gerade noch gesehen habe, was sie mal gesagt haben, ist, dass sie darüber nachdenken, dass man vielleicht die zerlegten Komponenten ans Vermächtnis bindet, dass man denen halt quasi traden kann. Eine Möglichkeit. Also ich denke, da gibt es viele verschiedene Ideen, die man da irgendwie benutzen kann. Warten wir mal ab. Ich finde, das Problem wird dabei nicht sein, die zerlegten Teile oder Kommando-Tokens oder was weiß ich zu bekommen, sondern das Problem, was ich auch so empfinde, ist einfach an die Kommando-EP, ans Kommando-Level heranzukommen. Das ist der größere Zeitaufwand und da müssen sie irgendwas drehen und nicht irgendwie irgendwas rüberschicken zu können. Das interessiert nicht. Also es ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt, aber das andere finde ich essentieller. Ja, ich habe halt auch von Anfang an, na gut, es gibt wieder Pro und Kontras dafür, aber ich hätte wahrscheinlich, wenn ich da irgendwie zuständig gewesen wäre, überlegt, ob ich dieses ganze System ans Vermächtnis binde und dafür halt den Levelprozess verlangsame. Weil so ist es halt super, super grindy irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, okay, da hätte es aber auch wahrscheinlich noch wieder mehr Kritik gegeben, weil den Leuten das ja jetzt schon zu langsam geht. Sie wollen ja, dass es schneller geht, aber trotzdem auch für die Twinks schneller geht. Das ist ja schwierig, schwierig. Na gut, wenn du es ans Vermächtnis bindest, dann musst du es langsamer machen, weil ansonsten bist du halt so schnell ausgestattet mit allen Chars, dass es halt dann auch irgendwie schlecht ist. Vielleicht, dass dann auch wieder von irgendeiner Seite Kritik kommt, alles langweilig, ging viel zu schnell und so, ja, ja, klar. Achso, apropos viel zu schnell und langweilig. Es wird mit dem nächsten Patch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wieder ein Gegenstand beim Händler geben, womit man diese Bonus-EP ausschalten kann, weil es Leute gibt, die diese Bonus-EP nicht haben wollen. Das haben sie früher schon mal irgendwann gehabt, während Doppel-EP-Events und so weiter. Das wird es dann mit dem nächsten Patch auch wieder geben, für alle, die sagen, das Leveln und so weiter, während dieses Events, was hier gerade läuft, weil EP ist wohl auch erhöht, ist mir zu schnell. Gut, okay, lass uns nochmal kurz, bevor wir auf 5.2 eingehen, was ja eigentlich so, dass das Interessanteste ist, was wir hier haben, nochmal kurz darauf eingehen, was sie jetzt geändert haben. Also Patch 5.1.1 war der erste Schritt in der Änderung dieses Ausflussungsprozesses über das galaktische Kommando, das ist jetzt schon live seit dem 7. Februar. Also, was können wir machen? KIP durch Vermechtenfreischaltung erhöhen, haben wir gesagt. KIP-Boost, okay, und hervorgehobene Aktivitäten und so weiter werden nun additiv statt multiplikativ berechnet, das macht keinen großen Unterschied, das macht einen Unterschied, wenn du alle möglichen Boni anmachst und so weiter und so fort, dann kriegst du jetzt ein bisschen weniger KIP als vorher, aber dafür hast du ja diesen 250% Boost an und so weiter. Also im Endeffekt ist es eh mehr als vorher. Genau, haben wir eben schon gesagt, bis Patch 5.2, also bis zum April, um 250% erhöht der ganze Spaß, Ziel war eine T3-Kiste jede halbe Stunde, ob sie das jetzt erreicht haben oder nicht, kann ich nicht sagen, weil ich es nicht ausprobiert habe, aber ihr werdet es wissen. Und wir werden es auch noch sehen. Und alle KIP-Tokens, auch noch wichtig, haben wir jetzt noch nicht gesagt, also durch Drops und Missionen, die sind ans Vermächtnis gebunden, also die kann man auch schon mal durch die Gegend schieben, was ja auch schon mal eine gute Sache ist, um Twinks auszurüsten. Genau, und den 100% KIP-Boost, den es jetzt neu gibt, den haben wir auch schon angesprochen. So, das war der erste Schritt. Damit sind sie aber noch nicht vollend zufrieden, sondern haben dann halt auch noch im Vorfeld schon den zweiten Schritt mit Patch 5.1.2 angekündigt. Der kommt dann halt am 28. Februar, sprich in zwei Wochen, Dienstag. Und da wollen sie erstmal diese KIP-Belohnungen aus Operationen neu balancieren. Ja, haben wir schon gesagt. Genau, das wollten sie machen, das ist noch nicht live, das kommt dann mit dem 28. Das heißt, die Bosse sollen dann mehr KIP gewähren und die Weekly für die Operationen soll dann auch deutlich höhere KIP-Belohnungen geben. Und dasselbe dann halt auch für Flashpoints und die Aufstand-Weeklies, das heißt, da werden sie so ein bisschen an den Quests rumschrauben und außerdem werden dann halt tägliche KIP-Belohnungen auch noch zum Gruppenfinder hinzugefügt, die sind da wohl bisher auch noch nicht drin. Und die PvP-Daily und Weekly gewähren dann zusätzlich auch noch einen Stapel zerlegte Komponenten, das heißt, da kommt man dann auch noch so ein bisschen schneller dran und Ranglisten und normale PvP-Spiele sollen dann auch noch mehr zerlegte Komponenten gewähren. Genau, und was wir gerade schon erzählt hatten, das haben sie in dem Zusammenhang auch gesagt, dass sie halt darüber nachdenken, die zerlegten Komponenten an zwei Mächtes zu binden. Gut, also das heißt, alles irgendwie Schritte erstmal in die richtige Richtung. Man versucht diesen ganzen Prozess so ein bisschen zu beschleunigen, was denke ich auch der richtige Weg ist. Und ja, wie gesagt, wir werden uns das jetzt mal in den nächsten Wochen persönlich angucken und dann werden wir mal in der nächsten Ausgabe erzählen, wie wir das finden. Ja, okay. Patch 5.2. Es gab Ende Januar am 26. dazu einen Livestream. Da hatte ich mich schon darauf gefreut, beziehungsweise war sehr gespannt, weil es wurde ja letztes Jahr schon gesagt, dass so quasi dieser Zeitplan für dieses Jahr im Januar so ein bisschen bekannt gegeben werden soll, was Gruppen-Content etc. anbelangt. Und haben sie ja tatsächlich eingehalten. Und das haben sie tatsächlich eingehalten, ja. So drüber, ja. Hätte auch anders kommen können. Wir haben es auch schon anders erlebt. Das stimmt, das stimmt. Okay, was haben sie dazu gesagt? Patch 5.2. Tatsächlich wissen wir noch nicht allzu viel. Was man sagen kann ist, dass im Moment gerade ein interner Test stattfindet, vor allem der Operationen. Das heißt, man konnte sich im Vorfeld bei BioWare bewerben quasi da drauf mit seiner Gilde oder Operationsgruppe oder wie auch immer, um halt diese neue Operation, die kommt, zumindest den ersten Boss, sprechen wir gleich drüber, zu testen. Es wird auch einen Test auf dem PTR zum neuen Daily-Gebiet geben. Reden wir auch gleich drüber. Das ist aber alles so ein bisschen stufenweise ausgeführt. Es ist auch, glaube ich, noch nicht sicher, ob es später auch noch ein PTS oder PTR für die Öffentlichkeit geben wird. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Fangen wir erstmal mit dem Essentiellen an. Das Ganze soll erscheinen Ende März, Anfang April. Also gut in einem Monat. Ja. Andereinhalb Monate. Ja, je nachdem, wie man es sieht. Und erstmal bekommen wir dann die Master-Modus-Aufstände. Das ist auch etwas, was wir gerade vergessen haben. Fällt mir ein. Wir haben auch noch fünf neue Aufstände. Auch eine schöne Sache. Denke ich. Die müssen wir uns auch noch angucken. Genau, richtig. Das kommt hinzu. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Was zu tun. Das gibt es ja gar nicht, wa? Ich sage es dir. Ich sage es dir. Das werden wir die nächsten Tage auf jeden Fall mal machen. Genau. Und dann wird es halt für alle diese Aufstände, die wir aktuell im Spiel haben, es müssen ja zehn Stück sein jetzt. Fünf waren bei Release drin und jetzt gab es nochmal fünf hinzu. Sind wir bei zehn. Dazu wird es dann auch Master-Modi geben. Also auch wieder eine neue Herausforderung für gut equippte Spieler. Schöne Sache. Und wie gesagt, es wird ein neues Daily-Gebiet geben. Und als sie das so präsentiert haben und erzählt haben, hat mich das alles sehr an Oricon erinnert. Was ich erstmal ziemlich gut finde, weil Oricon war meiner Meinung nach damals ein sehr, sehr schönes, ja Add-On war es ja nicht, aber ein sehr, sehr schöner Content-Patch, weil du dieses große Daily-Gebiet hattest mit der ganzen Schreckensmeister-Story drin und dann halt auch noch den beiden Operationen. Dieses Content-Update jetzt hier ist vermutlich etwas kleiner, als Oricon damals war, weil natürlich Oricon noch zwei Operationen bestand. Vollen Operationen mit der Schreckensfestung und dem Schreckenspalast. Wir jetzt aber hier erstmal ja quasi so eine episodische Freischaltung der Operation haben und dann ist es halt auch nur eine. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Wir kriegen eine neue Storyline und zwar, du hast es vorhin schon mal erwähnt, das Ganze heißt der Krieg um Iokard oder Iokath oder wie auch immer der Planet heißt. Und die Spieler kennen auf diesen Planeten zurück und die Allianz vermutet eine Superwaffe auf den Planeten. Und sowohl die Republik als auch das Imperium wollen halt an diese Waffe gelangen und der Spieler muss sich dann halt irgendwie mit der Republik oder mit dem Imperium zusammentun und dann irgendwie Entscheidungen treffen, wie diese Storyline. Wollte ich auch gerade machen. War Iokard der Planet, der von Scorpio übernommen wurde? Genau, das ist der Planet, wo Scorpio sich verbunden hat mit dem ganzen Planeten. Wenn wir sie gelassen haben. Wenn wir sie gelassen haben, exakt. Das heißt, da gibt es ja dann wahrscheinlich irgendwie verschiedene Storylines oder auch nicht. Oder man vereint sie irgendwie zu einer. Je nachdem, wie sie das dann regeln wollen. Wir werden es sehen. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass einfach sagen, ja okay, Scorpio hat sich so oder so verbunden. Wäre wieder so eine typische Scorpio-Aktion, finde ich. Ja, genau. Sie ist kaputt, aber sie hat sie trotzdem verbunden. Ja, richtig, genau. Genau sowas. Okay, ansonsten haben wir noch Quinn und Ellara kehren zurück. Die werden sich dann dem Spieler anschließen, je nachdem, was man für Entscheidungen auf Iocaf trifft. Also Ellara dann halt logischerweise, wenn man sich für die Republik entscheidet. Quinn, wenn man sich für das Imperium entscheidet. Und das Ganze ist halt ein neues Daily-Quest-Gebiet. Und also wie Oricon damals auch. Und das Ganze soll sich dann durch neue Gameplay-Elemente so ein bisschen von den alten Gebieten unterscheiden. Also wahrscheinlich sehen wir da so Sachen, wie wir sie halt entsprechend auch in der Story gesehen haben. Mal so einen Walker steuern oder mal einen Maustroiden oder was weiß ich. Oder vielleicht ist es ja auch was anderes. Das fand ich auch ganz lustig. Das war ja so das Kleine, was es so ein bisschen ausgemacht hat. Ja, auch wenn ich da grandios gescheitert bin. Das haben wir nicht immer noch gefragt, wie du das geschafft hast, Alter. Das war so easy. Und du sagst, ich kriege das nicht hin, ich kriege das nicht hin. Das war irgendwie, weiß ich auch nicht, das war nicht meine Sternstunde. Du hast nicht mitgekriegt, dass man die betäuben konnte, ne? Ja, ja, richtig. Ich habe das halt im Hardmode gespielt. Ja, genau. Hardmode ohne Betäubung. Genau, also irgendwie sowas. Neue Rufraktionen gibt es dann auch noch. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich mal zu dem Herzthema des Ganzen. Eine neue Operation. Ja. Und darauf haben natürlich viele gewartet. Und mit 5.2 wird dann der erste Boss freigeschaltet. Und dann natürlich direkt so ein bisschen die Enttäuschung im nächsten Satz. Die nächsten Bosse, die vier weiteren Bosse, fünf Stück soll es insgesamt vererden, werden dann halt erst bis Ende des Jahres freigeschaltet. Ja, okay. Man kann sich natürlich echt viel darüber streiten, ob das gut oder ob das schlecht ist. Ich habe schon mal darüber nachgedacht. Ich meine, man kann natürlich jetzt im Story- und Veteranenmodus sehr gut jeden einzelnen Boss dann üben, um ihn dann, wenn er im Master-Modus rauskommt. Denn der Master-Modus wird immer erst mit Erscheinen des nächsten Bosses für den bisher vorhandenen Boss freigeschaltet. Und dann kann man das natürlich sehr gut üben. Und dann kann man dann direkt, nachdem man das gemacht hat, in den Master-Modus einsteigen und da mitarbeiten. Genau. Also es ist an sich, man kann es optimistisch sehen oder pessimistisch. Optimistisch, hey, wir kriegen eine neue Operation. Immerhin, nach langer Zeit mal wieder. Schöne Sache. Pessimistisch, ja, aber es ist halt nur ein Boss. Ja gut, es ist halt auch nicht so dolle. Das ist schon richtig. Nur muss man natürlich immer daran denken, dass wahrscheinlich SVTOL nicht das größte Entwicklerteam der Welt hat. Wahrscheinlich doch ein relativ kleines. Und ja, von daher geben wir uns erstmal damit zufrieden, was wir hier bekommen. Und wir hoffen einfach mal, dass das dann auch qualitativ gut ist. Es gibt ja schon Spieler, die das Ganze gerade auf dem PTR testen können. Unterliegt allerdings alles der NDA. Also man muss da unterschreiben, dass man da halt logischerweise nichts nach außen dringen lässt. Und es gibt sicherlich einen oder den anderen Leak schon zu diesem Bosskampf vielleicht. Aber das werden wir dementsprechend dann, weil das halt unter so einer NDA fällt, halt auch nicht. Auch wenn wir sie nicht unterschrieben haben. Natürlich, weil wir nicht dabei sind. Mach aber nicht. Nicht auf die Seite packen. Da ziehen wir so ein bisschen die ethische Grenze. Aber interessant ist, wo wir gerade bei dem Bossdesign sind, der wird von dem Entwickler designt, der auch den Rewan Kampf designt hat. Der Rewan Kampf war sehr gut. Absolut. Ja. Also von daher. Der war mit viel Bewegung, hatte eine ordentliche Schwierigkeit. Man konnte viel falsch machen, aber war auch jetzt nicht zu komplex. Also der hat den schon sehr gut gestaltet. Und da hoffe ich, dass er mit TÜV daran anknüpfen wird. Exakt. Gut. Ansonsten, das hatten wir schon. Der erste Boss heißt, das können wir nochmal sagen, TÜV oder wie auch immer. T-Y-T-H wird das Ganze geschrieben. Das ist wohl der Gott des Wutes im Pantheon. Auf Sarkul. Also irgendwie da der Sarkul-Lore. Ein Gott. Und ansonsten wird natürlich dann auch irgendwie sich das Ganze auf das Item-Level auswirken. Oder auf die Drops. Denn eine neue Operation geht ja normalerweise immer mit einem neuen Item-Level einher. Das wird auch so sein. Die Entwickler haben dazu noch nichts gesagt. Aber wir haben noch gedatamined Informationen in der News gehabt, wo wir jetzt gleich darauf eingehen werden. Und es ist tatsächlich so. Da gehen wir nämlich direkt mal rüber. Und zwar wurde da so ein bisschen was gedatamined. Mittlerweile wurde schon mehr gedatamined. Aber wie gesagt, aufgrund der zeitlichen Geschichte habe ich mir das alles noch nicht so genau angeguckt. Das werden wir dann vielleicht mal nächstes Mal bei der nächsten Ausgabe drüber reden. Und zwar Talk-Community und die Jedipedia haben sich da so ein bisschen ausgetobt. und haben festgestellt, das ist 246er, 248er Item-Rating-Ausrüstung. Das heißt, je nachdem, ob du im Story-Modus oder im Veteranen-Modus unterwegs bist. Das heißt, es müsste ja dann für den Master-Modus danach noch irgendwie 250 geben vielleicht. Oder 252 oder sowas. Ich weiß nicht, durch das Kommandosystem ist das ja jetzt wieder ein bisschen anders gestaltet, denke ich mal. Oder nicht? No, mag sein. Muss man sehen. Ja. Aber man muss jetzt auch gucken, ob man die Rüstung, die komplette Ausrüstung direkt einführt mit dem ersten Boss oder ob man sagt, man füllt die auch gestaffelt ein, dass man sich dann nicht komplett 248 ausrüsten kann und das Ganze sonst irgendwie zu einfach wird, wenn dann die neuen Bosse rauskommen. Ja, das stimmt. Na gut, wie genau das funktioniert, das werden wir dann sicherlich noch erfahren in der Zukunft. Und wir wissen auch, wie die ganze Instanz oder Operation heißt und wie die Bosse heißen. Die Operation heißt Gods from the Machine. Klingt ziemlich cool. Und die Bosse heißen, heißen TÜV hatten wir schon. Ayvela und Esna ist der Boss 2, also ein Doppelboss. Nahut, Boss 3, Skiva, Boss 4 und Isaacs ist der fünfte in der Reihe. Gut. Ansonsten haben wir zehn neue Cutscenes in dem ganzen Ding. Hat eine ähnliche Länge wie die Story-Capital jeweils. Und davon sind fünf dann jeweils für beide Fraktionen und fünf einzigartig, je nachdem, ob man Republik oder Imperium ist oder ob man sich für Republik oder Imperium entscheidet. Das ist nicht so ganz klar offensichtlich. Aber das heißt, da kriegen wir dann halt tatsächlich so eine Cutscenes-Story geliefert, wie auch damals in Oricon und halt nicht irgendwie nur Quest-Texte oder sowas. Gut, ansonsten spielt Teron Chans Vater, Jake Malcolm, wird eine Rolle spielen. Und interessanterweise finden sich in den Spieldateien auch Hinweise auf Darth Malgus. Also wird der vielleicht auch wieder einen Auftritt haben. Wir hatten sowohl in der Livestream-Review noch ein paar Bilder von der Operation, wie die von außen aussieht. Auf diesen Maschinenplaneten, irgendwelche Röhren, die da langlaufen, und die so ein bisschen aussehen wie Wasserrutschen irgendwie. Und sieht optisch eigentlich ganz cool aus. Auch der erste Boss-TÜV sieht ganz cool aus wie so ein Roboter mit so einer Lanze, mit, ja, ich weiß nicht, was das ist, so einem Laser-Ding oben am Ende. Wobei das sieht auch so ein bisschen aus, als würde das da so runtertopfen, so lavamäßig. Also keine Ahnung, was das genau sein soll. Sieht aber auf jeden Fall ganz cool aus. Und in diesem entsprechenden Gedatamine sehen wir auch einen Fly-Through durch die Spieldateien quasi. Und da kann man schon diverse Boss-Schauplätze sehen und die Innenarchitektur dieses ganzen Dinges. Und ich denke, da kann man sich drauf freuen, denn das sieht schon ziemlich cool aus. Das zeigt, das sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen. Das ist ganz nett. Und da kann man auch mal sehen, wie dieses Spiel so gestaltet wird, bevor man die Texturen drauflegt. Das finde ich auch ganz cool. Genau, und wie furchtbar das aussieht ohne die ganzen Texturen. Richtig. Lässt erahnen, wie schlecht die geringste Grafik aussieht. Ja, genau. Also schöne Sache. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Patch 5.2 wird interessant. Wie gesagt, da wird es wahrscheinlich von der Entwicklerseite noch ein paar Infos geben. Das Ganze soll ja dann gut in anderthalb Monaten, etwa eins bis anderthalb Monaten erscheinen. Das heißt, bis dahin wird es auf jeden Fall dazu nochmal ein bisschen was Neues geben. Und dann werden wir natürlich auch darüber wie immer berichten. Gut, das wäre es im Prinzip erstmal mit Patch 5.2. Dann vielleicht noch so ein paar abschließende Dinge, die wir am Ende sagen wollen. Eine Sache ist, ich habe, das wird den einen oder anderen vielleicht aufgefallen sein, das gab ja in letzter Zeit, in den zwei Monaten, wo wir jetzt hier nicht in Erscheinung getreten sind, auch einige Kartellpakete neue. Natürlich, weil das sicherlich eine der guten Einnahmequellen für Bioware ist, beziehungsweise EA. Und die sind jetzt noch nicht in der GSH-Deko-Datenbank drin. Ich lasse das aktuell mal ein bisschen offen, ob ich die jetzt noch damit reinpacke oder nicht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das hat einfach den Grund, weil das ein relativ großer Aufwand ist. Ich das jetzt, wie gesagt, wegen der Belastung in den letzten Monaten nicht geschafft habe. Und die Frage ist, ob dieser Aufwand sich lohnt. Weil ich muss halt jedes Ding erstmal raussuchen im Game aus dem UI. Dann muss ich es klippen und zuschneiden und hochladen und dann die ganzen Sachen zuschreiben, die ganzen Hooks und Kategorien und so weiter. Es ist halt sehr viel Aufwand. Pro Kartellpaket sind das so ein, zwei Stunden, die man da halt irgendwie rein investieren muss. Und es gibt halt andere Seiten, die das einfacher machen können, weil die halt direkt aus den Spieldateien das A auslesen. Irgendwie, das heißt, tordecorating.com beispielsweise ist da eine ganz gute Adresse. Vielleicht werden wir einfach irgendwie dahin dann weiterleiten. Und ja, weil das halt da vom Aufwand her sich nicht so wirklich lohnt. Da müssen wir mal sehen. Aber wie gesagt, das lasse ich erstmal offen. Eine andere Sache, wir haben da vorhin natürlich schon drüber gesprochen. Klassengeiz, wenn ihr sagt, hey, wir können euch da ein bisschen helfen, weil wir, wie gesagt, einfach nicht mehr so viel Zeit investieren wie früher in das Spiel. Wir spielen nicht mehr jede Klasse irgendwie. Wir wissen nicht mehr bei jeder Klasse jetzt auf Level 70, wie man die Rotation effektiv fahren muss, mit welchen Spells man eröffnet und so weiter. Das heißt, wenn ihr da Experte in der Klasse seid, dann wäre das wunderbar, wenn ihr uns da helfen könntet. Das heißt, das muss keine 30-Seiten-Guide sein, überhaupt nicht. Es reicht, wenn ihr euch da so ein bisschen an unserem Layout vielleicht orientiert und sagt, okay, hier, das ist so die Verteilung der Utility Points, wenn es dir irgendwie Sinn macht. Das soll halt irgendwas für die Einsteiger sein. Viele beschäftigen sich danach eh ganz anders mit ihrer Klasse, wenn sie erstmal wissen, wie sie überhaupt funktioniert. Genau, das ist so die Basic Rotation. Genau, also das ist so die Rotation, die du im Kampf fahren solltest, um halt irgendwie möglichst effizient zu sein. Und das ist irgendwie so die Eröffnungsrotation und so weiter. Das würde uns schon viel helfen. Und wenn ihr da Lust drauf habt, werdet ihr natürlich dann mit Namen darunter erwähnt oder Link zu Gilt oder wie auch immer, was ihr da gerne haben möchtet. Dann meldet euch doch einfach unter Kontakt. Dann an dich am besten einfach die Mail schicken. Und dann packen wir das hin. Und das wäre sehr schön. Gut, ansonsten, wie gesagt, wir wollen in den nächsten Tagen mal wieder so ein bisschen in das Spiel reinschauen. Das heißt, wir haben vor, mal so ein bisschen GSF zu fliegen wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen. Das werden wir dann vermutlich auch irgendwie streamen. Wenn wir das machen, dann packen wir das Ganze natürlich auf die Seite. Normal als News, dann könnt ihr das vielleicht verfolgen. Vielleicht packen wir es auch danach auf YouTube für alle, die das halt nicht live verfolgen können. Weil ich glaube, nach zwei Wochen oder so verschwinden die Aufzeichnungen auf Twitch. Von daher schneiden wir das dann vielleicht einfach mit. Aber das werdet ihr da mitbekommen. Und dann beschäftigen wir uns jetzt in den nächsten Tagen mal wieder so ein bisschen intensiver mit der ganzen Materie. Gut, ansonsten ist es so, dass wir dann den nächsten Podcast und kann ich nicht genau sagen, wann, aber auf jeden Fall dann, wenn wir wieder genug Informationen haben. Ich denke mal, irgendwann im März, Anfang März, Mitte März spätestens. Spätestens. Spätestens, ja. Auf jeden Fall nicht wieder zwei Monate. Ja, das war jetzt schon ein bisschen heftig. Tut mir auch fast ein bisschen leid. Aber was soll man machen? Wir können ja auch nicht hexen. Wir können ja auch nicht die Zeit verdoppeln, die wir haben. So sieht das aus. Gut, ansonsten noch ein kleiner Disclaimer vielleicht am Ende. Wir haben eine neue Aufnahmetechnik benutzt und die ist uns in der Mitte des Podcasts abgeschmiert. Das heißt, die Hälfte des Podcasts hat gefehlt, die wir gerade nochmal aufnehmen mussten. Vielleicht findet ihr den Schnitt, vielleicht auch nicht. Bin gespannt. Vielleicht kann jemand sagen, wo der Schnitt liegt. Deshalb ist die zweite Hälfte jetzt hier so ein bisschen gehetzt, weil wir ein bisschen Zeitdruck haben gerade. Normalerweise wären wir so fünf bis zehn Minuten noch länger gewesen in der Originalaufnahme. Aber wir haben jetzt hier ein bisschen gerafft. Einfach nochmal alles wiedergegeben, was wir da eben auch erzählt haben. Aber wir werden mal schauen, dass wir nächste Woche vielleicht nochmal die Aufnahmesituation ein bisschen verändern. Das Problem ist, ich habe ein neues Mikrofon. Wir wollen nicht mehr über Teamspeak aufnehmen. Wir wollen ein bisschen die Qualität erhöhen. Deshalb brauchen wir da mal so ein bisschen eine andere Möglichkeit. Wir werden da nochmal ein bisschen schauen, damit wir das nächste Woche nicht haben, das Problem. Und dann sind wir da auch nicht so gehetzt im nächsten Teil. Und dann haben wir auch noch den Smalltalk-Teil drin, den wir jetzt quasi gerade rausgeschnitten haben. Wir sind so ein bisschen in die WoW-Zeit abgeschweift zwischendurch. Vielleicht holen wir das nächstes Mal nach. Genau, so ist es. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Schnitt. Und dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende, wenn ihr das hier am Sonntag hört oder eine schöne Woche. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in Folge 86 wieder. Bis dahin, macht es gut. Ich wünsche euch natürlich auch alles Gute. Noch einen schönen Restsonntag, wenn ihr es heute noch hört. Ansonsten eine schöne Woche. Viel Spaß in SW-Tor weiterhin. Und wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.